Hi ihr Lieben und Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Surveillance. Ja, wir gucken uns jetzt die nächsten vier Karten an. Dafür sagen wir den direkt los mit dem Schloss. Viel Spaß. Ja, erstmal einfach. Wie gesagt, wenn ihr normal und die anderen Schwierigkeitsstufen sehen, was abgestellt. Okay. Echt cool. Einen Ritter gibt es auch? Keinen Ritter. Wer darf? Die ist auch echt cool, ne? Oh, hier. Der wohnt eben auch schon da? Ich weiß nicht. Was? Nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Glaube ich. Was? Ist es so einfach, sich das zu merken? Oder was? Nichts. Ist es schon gut? Hm. Hier eine Malinie-basieren muss. Aufgeführt probieren hier. Ich bin nix. Oh. Wie die... Leiter? Ja, ich weiß, noch mehr Anomalie, aber ich finde nix. Oh. Nicht so einfach. Oder? Die Bibliothek, wenn ich die, die oder die andere nicht, ich weiß nicht. Naja. Oh, jetzt bewegt sie sich aber. Obwohl ich es vorher geahnt hätte. Hier ist noch gar nichts passiert. Hey, Anomalien. Moment, war das fast schon da vorher? Ja. Hier. Affenkammer. Ja. Da war hier eins zu viel. War nicht so? Oh. War der Wegweiser schon da? Nein. 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 Hier fehlt noch was in der Waffenkopf. Ist das nicht fünf Schwerter? Gutes Auge. Na drei. Moment. Moment. Hey, da ist ein Femme da drinnen. Da war nicht schon. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. bin ich wieder ratlos ein neues eine neue anumalien was soll ich weg Moment. Der Stuhl ist dreckig. Langsam weiß ich besser, wofür die Dachen sind. Jetzt schon. Sieht eine Pflanze anders aus? Ist hier ein Glück? Tatsächlich. Wahnsinn. Hm. War das Licht an? Ist jetzt aus? Ich weiß es nicht. Was war das? Ja, schön. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar mal gesehen, gar nicht ganz so. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Ah, ne, Ketten vorher schon? Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Das war eindeutig. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Geräusch kommt. Ja gut, immerhin. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Oh, die Räumigkeit haben wir noch ein paar Mal gesehen. Und dann haben wir noch ein paar Mal gesehen. Okay. Torn. Tremelig. Aber ja, ne. Keine Ahnung, hab ich nie übersehen. Ich bin sicher, dass du wendigst. – Hin zur Ferne. – mountains full aggiung usein. – Na, ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Hm. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das? gewesen. Was zählt das? Hier? Ja, okay. Die liegt ja vorher auch im Ort. Hier. Rechts. Jetzt von hinten. Hinten. Ja, alle. Die Peep heißt einfach, dass die Uhrzeit sich verändert hat. Das ist doch nur das Gerät. Guck mal, diese Streipzau. Okay. Die Orientierung geht nach einer Zeit. Schwieriger finde ich das Entdecken selber. Guck mal. Guck mal. Wieso mega du? Muss ich einfach raten? Habe ich einfach nichts hier? Wozu? Guck mal. Guck mal. Nicht so leicht. Guck mal. Guck mal. Nicht so leicht. Nur jede Klinigkeit zu merken. Was macht denn noch sehr viel Spaß, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall, ich bereue es nicht. Ich weiß es nicht. Bis zwei Uhr nachts. Auf jeden Fall, ich bin wie ein Rollbo. Was ist denn dazu? Ich... Ach, mein... Der Schrankmann. Der Schrankmann. Der Schrankmann. Der Schrankmann. Der Schrankmann. Der Schrankmann. Ich bin mal. Das ist auf dem Tisch wahrscheinlich schon. Der Schrankmann. 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 Ich habe es keine Ahnung. Ich habe es keine Ahnung. Eine Kleinigkeit sein, die mir irgendwie nicht auffällt Echt schon Komm Jamsker Jamsker Cool, ich weiß Ich hab nur so viele Anomalien Keine Ahnung Jawohl Gut Zwei Sachen in die Machen, boah Ich hab nur geraten, weil ich gesehen, dass ich Weil die sich danach nicht zu verleidete Ich fahr das hier mal hin, aber ich... Ich fahr immer hin, also halb 5. Neue Karte, gar nicht schlecht fürs erste Mal. Boah, ich bin erschrocken. Immerhin 15. Dann würde ich sagen, gehen wir noch rein in die Backrooms. Leiter-PC-Kisten. Bewegen. Ja. Ich muss gucken auf die Backrooms. Drei Pflanzen noch. Drei Pflanzen. Drei Pflanzen. Drei Pflanzen. Drei Pflanzen. Drei Pflanzen. Drei Pflanzen. Drei. Drei Pflanzen. Ich muss es am einfachsten auch noch. Ist das die Anbahn meine ich jetzt? Ja, ist mir schon klar. Und schon. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin aber vorher nicht da. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich setze einen Datei. Ich hab's nicht gesehen. Die Bedeutung 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 Und? Die Fragen hat sich belegt, sie aber weiter. Alle Stuschen? Nein. Mein Gott. Was anderes? Noch was? Okay. Ist ein Stuhl? Ist ein Stuhl? Das 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 ist ein Stuhl? Ich bin mit. Ich bin mit. Ich bin mit. Nein. Halt die Räume. In ein falsches Zimmer. Da wollte ich. Da habe ich mich vertan. Da habe ich mich vertan. Ich bin mit. 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 Und was? Probier's einfach. Auch nicht. Nicht. Merkst du dich wohlfassen? Hm? Was? Stuhl bewegt. Das ist gar nicht so schlecht, als ob ich Merk auch das erste Mal hier bin. Sehr schock, meines Lebens 23. Ich hab noch eine Karte und zwar das Raumschiff. Gucken wir uns das auch noch an und dann wäre er nicht. Und da und I don't know. Bitte bitte schocken. Die erste Reihe roh. Darmengespin, zwei pinks, zwei blau, microbeau. Darmengespin, vier grünen. Sanze, zwei blau. Weiter vier mannequins, vier stuhl. Zwölf. Zwölf oben. Sechs große unten und vier große unten. Hier ist nur so. Und hier haben wir drei Pisten. Drei Rot und die Galaxie. Wo ich mir alles richtig gemerkt habe. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Ich habe das schon gemerkt. Ich habe das schon gemerkt. Wie sieht es? Was ist denn? Wir übereinen sich auf dem Raumschiff, oder? Keine Zeit. Das Luft wird knapp, die Zeit dringt. Hier rechts für etwas, glaube ich. Doch, geht schon. Okay, will die Galaxie vernichten, ja? Er hat mit Absicht die Farbe, ne? Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Soll ich das hinterher anbewegen? Er ist gut. 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 Er hat Sachen gebracht. Hier. Doch gar nicht. Ein Poster. Der geht auch. Oh la la la. Er ist gut. Oh la la. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... ... ... ... ... ... Ich habe keine Ahnung. 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 Was? Ich habe keine Ahnung. 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 Ich habe keine Ahnung.